hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf dem grünfelder land auf der grünfelder land so der verband den mai jetzt mal weg aufzustehen ja das geht es geht ich bin immer noch in dem langsamen modus immer schneller machen nicht zu schnell ja da kommt ja exerion hm dann schwinge ich mich mal hier ins auto und fahr mal zum feld und gucken nach was da los ist so was ist denn jetzt los hier ja ja also die lichtruppe war eigentlich dass der herr im querium weiter fährt nicht sie ja hat er ja gemacht hat gefunkt gut nö dann wünsche ich ihnen einen schönen abend tschüss danke ich ihnen auch tschüss gut dann gehen wir mal gucken was die auf dem feld veranstalten was sie mit dem strom macht weiß ich auch noch nicht ob ich mir da wieder eine ballenpresse organisieren sollte könnte ich eigentlich mal mit dem blaubeer telefonieren ob die eine presse haben rünffelis ring 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 jo servus 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 ja voru-schösschen darf gern hänge ich voll jo ich bin auch gerade am feld ja habe ich drückend gesehen wenn ich der auto kann man ja leider nichts rein laden ist ihr auto mein auto stefan nach hinein anhänger ist voll zum hof und abladen es ist ihr auto ok ja nichts hat es hin hat ziemlich viel unkraut drin aber es geht besser wie nix äh gut dann telefoniere ich mal blau bär klingeling servus folger hier du habt ihr eine ballenpresse ich bin mir jetzt nicht sicher ich muss mal unseren ganzen fuhrpark durchsuchen ich würde ich gleich zurück rufen ob die da ist ja oder ein ladewagen ladewagen habt ihr mit jeden fall okay ich gucke mal ob ich irgendwo schneller an einkommen falls nicht würde ich mich noch mal melden kein problem gut bis deine türen gerade mal durchfunken hallo ja habt ihr da hast du ein ladewagen müsste mir noch ein bisschen stroh vom hofenfeld kann die groß müssten das ein ist relativ relativ hier hier ja im Moment hm 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 beim händler müssten hm pult maker stehen den können sie holen kann ich hier einen trecker benutzen ja können sie machen das auto steht ja da ja gut bis später wobei der mw wird dafür zu schwach sein ja gucken wir mal zumindest ans feld bringen kann ich ihn ja bis später Bis später wieder an. Wie schnell läuft die Kiste eigentlich? Was ist denn mit dem los? Der hat aber Stimmungsschwankungen. So, ich gucke mal schnell, dass ich den Ladewagen herkriege. Dass wir vielleicht das Stroh direkt am Hof einlagern können von dem Feld. Es geht schon wieder gegen den Grundsatz, dass ich mich eigentlich nicht um die Feldarbeit kümmern möchte. Aber es geht einfach nicht anders. In der Erntezeit muss ich halt auch alles Mögliche arbeiten. Okay. Gut. Ich bin mal gespannt, was von Tyler sich da geordert hat. Der ist halt nicht wirklich schnell, der Dinger hier. 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 Oh, gleich den großen. Das könnte natürlich wirklich zum Problem werden. Oh Mann. Zumindest ziehen müsste er ihn ja auf jeden Fall. Und vielleicht stellen wir den einfach um. Nehmen wir dann den hier aufs Feld zum Ernten, zum Abfahren. Und den anderen, den Xerion. Nämlich dann, um das Stroh aufzusammeln. Aber ich könnte es auch erstmal mit dem Dinger hier probieren. Aber ob das tatsächlich funktioniert, werdet ihr morgen sehen, in der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality, wie jeden Tag eine Folge um 16 Uhr. Wie fast jeden Tag in den letzten... Über ein Jahr ist es jetzt schon her, bin ich der Meinung? Oder knapp ein Jahr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns schon einen Haufen Folgen rausgehauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.